Hier ist euer Aikido 881. Diesmal melde ich mich vom Volksfest Heiß Hult 2014, einen Rundgang. Da dieses Volksfest sehr klein ist, sind wir auch gleich durch. Mitte des Kinderkarosselles bereits an dieser Uhrzeit geschlossen hat. Denn an dieser Uhrzeit sollten kleine Kinder nicht mehr am wach sein. Der Losstand. Der Skistand. Der Autoscooter. Es regnet, bringt auch nicht viel los hier. Dann Ballonschießen. Der Krebsstand. Die Hauptoperation. Der Varia-Dance. Und der Sousa-Büruch. Das Landfestzelt. Das Schiffsschraubkühl. Das ist das Dosenwerfen. Der Kugelstechen. Das ist Dartwerfen. Und mal das Käptenparossell. Und hier Zuckerwatte-Südigkeitenstand. Und Schlasch-Eis. Ja, das war's dann der Rundgang vom Karlshulter-Feldfest. Wie gesagt, dieses Fall ist jetzt sehr klein. Weitere Videos, wie zum Beispiel der Rundgang von Nürnberg oder vom Augsburger Plera 2014, auch 2013. Vielleicht noch welchen interessiert, findet ihr auf meinen Kanal. Wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn. Oder schaut auf Facebook. Einfach in Google www.aikido881.de eingeben. Oder nur Aikido881, wie ihr wollt. Bis demnächst, euer Aikido881. Bis zum nächsten Mal.